Hallo YouTube. Ich möchte euch einen Kopfhörer vorstellen. Den habe ich schon eine ganze Weile in meinem Test. Ich habe gut durchgetestet. Funktioniert einwandfrei. Und die Kopfhörer sind wirklich sehr gut. Die Kopfhörer haben einen einwandfreien Klang und das Jute daran, die kannst du überall aufsetzen. Die werden nicht in den Ohr reingesteckt, sondern die liegen nur auf. Die liegen nur auf, wie man sehen tut. Der Hörgang ist noch frei, aber du hast sehr gute Musik damit. Oder zum Beispiel, du hast einen Anruf. Du kannst locker telefonieren. Geht auch. Zum Beispiel, du hast Musik. Du hörst dort Musik unterwegs und jemand quatscht dich an. Du hörst den. Also, da kann keiner mehr sagen, setz die Kopfhörer ab. Weil die haben eine Technologie drin, die vom Feinsten ist. Man hört trotzdem alles. Egal, was du für eine Lautstärke hast. Wenn du die normale Lautstärke anhast, dann verstehst du alles. Alles. Und das ist gut. Das habe ich schon ausgetestet. Ich habe an meinem PC Film angeguckt. Funktioniert auch. Lässt sich sehr gut connecten mit dem Bluetooth. Am PC. Wer Bluetooth auf dem Mainboard hat, nicht jeder hat Bluetooth. Oder Laptop. Das funktioniert jetzt auch. Ich bin sehr, sehr überzeugt. Ich finde die sehr toll. Zum Beispiel, wenn man mal Stream tut. Ich nutze es auch dafür. Weil ein YouTuber hat mich inspiriert. Er hat das auch schon getestet. Und nutzt es auch regelmäßig in seinen Streams. Ja. Das ist echt gut. Ich kann es nur wärmstens weiter empfehlen. Die Beschreibung und den Link werde ich unten reinschreiben. In der Videobeschreibung werde ich reinschreiben. Dann könnt ihr euch das angucken und draufklicken, wo ihr das hier bekommt. Und da wünsche ich euch dann viel Spaß. Ich kann es nur weiter empfehlen. Wir haben es uns heute empfehlen. Einwandfrei. Das war das Video von heute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschau sehen. Apropos, lasst gerne einen Daumen da und einen netten Kommentar. Abonnieren nicht vergessen. Dann verpasst ihr auch gar nichts.